Also bei mir geht es jetzt gerade in einem Ozean irgendwie raus. Ja. Bei meiner Mine. Ja, auf jeden Fall so ein Wasserschacht. Oh Gott, bin ich jetzt wieder zurück? Bitte lass mich rein! Ich seh den Wasserschacht. Eigentlich haben wir ja hier Green Bread, ne? Nee, Quatsch. Wo ist denn das mit Wasseratmung? Hier, Prisma... Nee, das ist Diamond Bread. Das ist der Prisma. Ja, Prismarine Bread. Ja, ja. Na gut, die Kartoffel wollte ich eigentlich auch... Ja, komm, die Kartoffel schmeißen wir mal weg. Ich hab auch das ganze Brot außer, ich glaub, Ender Bread. Doch, auch das Ender Bread. Nee, ich hab Obsidian Bread. Ender Bread schmeiß ich auch immer weg. Das ist nervig, wenn man da teleportiert wird. Ich hab... Doch, Ender Bread hab ich auch bei mir in den Rucksack drin. Ich hab einfach das Ganze immer reingetan. Und was fress ich die ganze Zeit? Kartoffeln? Ah, boah. Bratene Kartoffeln fress ich die ganze Zeit. Ich mach hin. Ja, ja. Dark Ore, auch für Endgame Weapons. Hattest du das nicht auch vorhin? Naja, das ist was. Aber jetzt bin ich... Jetzt bin ich abgerutscht. Pech. Heul doch. Heul du doch. Nö. Heul doch selber. Nö, nö. Doch, doch. Wir wissen es, wenn ich wieder geneutert werde. Geneutert? Dann heul ich irgendwann wirklich noch. Ah, geneutert. So nennt man das, wenn man neuters Scherzen unterliegt. Das ist ja immer super nett, geneutert zu werden. Was redest du eigentlich? Ich rede vom, äh, geneutert werden. Mhm. Tiefen, tiefer, lapis, lazuli, erz, Gesundheit auch. Raw, redstone block. Irgendwie auch XP? Wie? Wie? Ich mach jetzt mal nachgucken. Bist du tiefer? Ich bin jetzt ein bisschen tiefer, weil ich in diese Wasserhöhle rein bin. Alter. Ich bin auch in der Wasserhöhle. Ist ja alles voll mit diesem... Oh, jetzt ist hier wieder trocken. Ich bin auch in der Wasserhöhle gelandet. Ich bin jetzt auf minus 15. Okay. Ich glaub, ich geh auch mal ein bisschen runter und dann... Ich hab grad keinen Bock, da jetzt einen Gang hinzubauen, dass ich trocken bleibe. Hab ich sehr oft schon gemacht. Wer kann das Prismarinen-Bread auch essen? So, ich hab hier ein paar Diamonds gefunden, auf jeden Fall. Okay. Ähm, äh, ein Reward bekommen. Eisenbrot schon wieder. Redstone. Wieso immer... Wieso so viel essen? Wo soll man das alles hin essen? Keine Ahnung. Das kann doch niemand leisten, so viel zu fressen. Doch, du schon, oder nicht? Naja, Amerikaner vielleicht, aber ich nicht. Oder hast du mich nicht zugenommen? Nicht. Du kennst mich doch. Also nein. Ich sag dazu nichts. So, hier sind noch ganz viele Redstone-Vibes. Das sieht ja aus wie Redstone-Pilze, aber gut. Okay. Du musst mich verarschen. Ich schmied auch Wasser. Ja, will ich. Ich will dich immer nur verarschen. Ich schmied auch Wasser. Ja. Das sage ich ja. Ich will dich verarschen. Ich weiß. Glaube ich dir. Ja. Nee. Tust du nicht? Doch. Doch. Ja, musst du auch. Nee, muss ich nicht. Ach so. Dann lass es halt einfach. Das ist wieder was. Gut, dass wir das geklärt haben. Ja. War ja auch mal Zeit dafür langsam. Warum? Sag ich dir nicht. Und warum sagst du es mir nicht? Willst du das etwa für dich behalten? Nee. Aha. Ne da. Ach ja. Was bist du? Urichal. Um. Kommerz. Ich habe Kommerz gefunden. Kommerz in Minecraft. Was ist denn mit Stärke? Ich finde Urichal-Ko mein. Geheiligtes Erz. Versteuert in den. Tiefen Schieferhöhlen. Das ist das Kommerz-Erz. Lass mich durch. Pointed Redstone. Was willst du denn jetzt, Alter? Das ist nicht das Kompakt-Erz. Kompakt-Erz? Das Kompakt-Erz. Was? Den checke ich jetzt nicht. Kompakt. Kompakt. Das verbotene Kompakt-Erz. Das sagt mir nichts. Wüsst du nicht, dass es ein verbotenes Erz gibt? Okay. Sorry, da, ähm. Die Zeitung kompakt. Weiß ich leider nicht. Nee. Dann sagt dir nichts. Ja, da klingelt nichts. Okay. Da sagt mein Gehirn, Error 404, Pfeilen und Fonds. Error. Der ist so dämlich. Gleichfalls danke. Aber das haben wir schon längst geklärt in den letzten paar Streams. Wir können auch über was anderes reden. Was denn? Ähm. Wieso ist die Banane kromp? Äh, das ist doch... Das ist doch Quatsch. Das weiß man doch auch. Ja. Und warum? Also es ist eine schicke Unterwasserhöhle hier, aber irgendwie... Ach, Lapis können wir nochmal ein bisschen... Da kommt eigentlich recht viel... Bist du denn jetzt? Bist du halt... Da unter Wasser rumgelaufen... Oder rumgeschwommen jetzt, oder was? Ja. Und jetzt sonst wo gelandet? Ich bin hier noch in der Höhle. Okay. Du brauchst mich auch nicht stalken, Fräulein, ne? Also du kannst ja hier deinen eigenen Weg gehen. Ich hab dich nur lang gelaufen sehen eben. Mehr nicht. Mhm. Nee. Nee, ist schon... Ist schon klar auch. Also... Aber bist du in meinem Schacht drin? Nee, das ist meiner. Nee. Ich bin hier in diesem Riesenwasserbecken, da bin ich dann raus und dann bin ich jetzt hier in der Höhle gelandet. Also einfach sonst wo gelandet, ne? So schnell passiert das. Sonst wo gelandet. Hier scheinen auch so Diamant-Dinger zu sein. Okay. Also wiegt ein bisschen so aus. Wie guckt ihr das mal an auf der Karte? Das sieht nach Diamant, äh, in einem Diamant-Vorkommen aus. Warum heißt das? Ach, egal. Lol. Es sind einfach leuchtende Tintenfische. Ja. Darf ihr euch töten? Oh, darf ich? Nicht mal mit den goldenen Tintenfischen. Das habe ich ja gesagt. Goldene Tintenfische. Die sind aber leuchtend und nicht goldend. Oder leuchtend. So, dann wollen wir mal raus aus der Tiefsee. Ozean. Und das da ist Home? Das ist Home. Das ist Home. Ich füllen wir da mal fix hin. Home, Home. Home, die Home. Was habe ich denn auf Rechtsklick eigentlich? Also nicht. Bei mir ist es auf einmal so, wird unten, ähm, links von der Hotbar wird so ein Rechtsklick-Effekt angezeigt. Das ist von meinem Schwert. Cleaving, Wasting, okay. Einige Waffen haben was. Wieso schwimme ich eigentlich so langsam? Wieso nehme ich eigentlich nicht mein Boot? Also nicht. Ups. Mit Leertaste kann man sein Inventar sortieren? Also das ist jetzt unsortiert, weil, äh, also. Kann man. Ja. Klick mal Leertaste im Inventar. Dann siehst du, was ich meine. Nö. Wieso nicht? Mir geht's nicht. Leertaste zu drücken im Inventar? Wo mir wächst es nicht. Ich hab Prismarin gefunden. Inventar oder wo? Nein, Blöcke. Oh, oh, sorry, Alter. Prismarin-Blöcke. Sorry. Sorry, dass du reich bist, ne? Also wusste ich auch nicht. Das ist einfach eine Prismarin-Höhle. Nee. Nee. Ja, tut mir auch leid. Also wusste ich, wie gesagt, nicht. Kann ich auch nicht wissen. Woher denn? Junge. Das ist einfach alles von Prismarin. Das ist fein for me. Nein, Crashmusik setzt ein. Ruhig, aber episch. So funktioniert die Mobfarm jetzt eigentlich auch? Also nicht. Aber eigentlich müssten die Dinger noch darunter tropfen wie nichts. Oder haben wir die erste Ebene schon verkackt? Und wann hast du die verkackt? Nee, wenn, dann haben wir die verkackt. Wir haben die zusammen hochgezogen. Also gut, hochgezogen habe ich, aber aufgebaut haben wir sie zusammen. Ich habe die nur so gemacht, wie du gesagt hast. So, ja, jetzt bin ich natürlich schuld, ne? Deswegen sollte ich das auch raussuchen. Nee, schon klar, alles gut. Ich habe dir nur geholfen. Alles gut. Du willst das so gleich mit auf mich schieben. Ja. Ja. Sagt einfach ja. Und da ist ein Zombie. Die funktioniert. Ja, natürlich funktioniert die. Ja. Schon klar, du Penner. Nein, natürlich funktioniert die. Ja, nee. Es ist ja richtig gemacht und das Lichtlevel stimmt ja auch. Das ist, was ich dir ja geschickt hatte. Gar, da hat er noch... Hä? Aber er kommt da einfach raus. Was bist du denn für ein Günther? Hallo? Der Rechtsklick. Fähigkeit. Funktioniert nicht. Natürlich, du hast das ja auch noch nicht richtig zugemacht. Beziehungsweise wir haben da ja noch nicht richtig was gebaut, deswegen kommt er ja raus. Ja, aber hier ist zu. Und dieser Zombie, den ich jetzt getötet habe, der war gerade oben. Und jetzt ist der hier drin. Der sollte da nicht rauskommen. Vielleicht. Also kleine Zombies sollten da rauskommen, weil wir noch keine Slaps gemacht haben, aber mehr auch nicht. Vielleicht ist er irgendwie rausgeglitscht. Keine Ahnung. Ja, sollte eigentlich. Keine Ahnung. Nein, gut. Es ist Minecraft, was erwartest du? Sowas kann trotzdem mal passieren. Ich erwarte Quanten-Zeugs für sie. Quanten-Mechanik. Gesundheit. Danke. Ja, bitte, ne? Ja, ich weiß. Was ich zu schätzen. Oder auch nicht. Ja, wir, wenn nicht. Vielleicht auch nicht. Ja. Ja. Oh Gott, Alter. Was denn? Nichts. Ich spreche nur mit mir selber. Das würde ich ja nicht Gott sagen. Ich habe nur geantwortet. Ja. Unklar. Ich wollte es auch mal probieren, aber... Fühlt sich dumm an. So, ich habe hier mal ein Becken hingebaut, das wir einfach runterspringen können. Das nervt mich nämlich, dass man immer... Also allein dieses Hochdingsen ist schon... Ah, naja. Na ja. Ja, das können wir noch ändern zum Wasserfahrstuhl, ne? Ist aber leer gerade, die Hütte. Ey. Wie, ey? Aim mich nicht an. Vogel. Ne, wir können es ja noch zum Wasserfahrstuhl ändern. Ja, mach das mal. Ich weiß nicht, wie man sowas baut. Ging das nicht? Oder mit einer der hoch und einer der runter geht, ja? Mit hoch war das doch irgendwie mit den Algen. Und runter war das doch mit diesen Lava-Blöcken. Oder was auch das immer war. Nee, Algen sind nur, damit sich das Wasser vervollständigt, soweit ich weiß. Und ich glaube, Soulcent und Magma-Blöcke sind das oder nicht? Was, Soulcent? Ja, keine Ahnung. Müss ich noch mal gucken. Wie gesagt, da bin ich schon so lange raus. Aber meistens habe ich da einen Mod-Spec gespielt als Queer-Spec. So wie halt Metal-Ree-Energy-Five und so. Die halt auch echt cool waren, aber leider kam da bis jetzt gar nichts mehr. Ist auch Funkenstille bei dem, der die Packs gemacht hat. Funkenstille? Lass ja ruhig. Nee. Nach? Aber bin ich nicht hier. Doch, bist du. Wie viele Dias hast du mittlerweile? Wir sehen nicht. Wird ja ganz leise. Wir sehen nicht. Er hat keine. Ich hatte auch schon weggebracht. Ich war ja auch schon oben und hatte auch weggebracht. Und jetzt habe ich gerade nur wieder einen gefunden. Das kann mal weg. Das kann weg. Hier habe ich überhaupt so viel Brot dabei. Das ist komplett unnötig. Das kann weg. Gut, diese hebe ich noch mal auf. Wir müssen halt Glück haben, dass viele Mobs spawnen, ne? Besonders Zombies. Ja, bisher war da nur einer drin, den ich jetzt getötet habe. Ja. Ich habe keine Frage mehr, ich komme zurück. Mach das mal. Ich scherke meinen Rucksack aus. Mach das mal. Nee. Doch. Ich nicht. Coin, Mensch. Wofür brauche ich Coins? Wo brauche ich Äpfel? Wer bin ich, dass ich Äpfel esse? Und wobei, ich habe heute einen Apfel gegessen. In real life. Wow. Wow. Real life ist schon so ein crazy Ding. Wow. Okay, jetzt wandle ich meine Steine um. Jungs, movement speed. Sag rein da. Und Stamina noch erhöht. Okay. Craft all und dann ab nach oben. Yay. Dann bastle ich mal weiter. Wie viele Steine hast du mitgebracht überhaupt? Ein paar Stacks, nicht allzu viel. Oh, da ist ein Creper drin. Also die Mobfern scheinen grob zu funktionieren. Ja. Aber halt noch nicht so hyperschnell. Dafür müssen wir dieses Areal noch weiter ausleuchten. Diesmal bist du mit Ausleuchten dran. Kann ich dir schon sagen. Warum nicht? Weil ich das letzte Mal großflächig gemacht habe mit mehreren Stacks. Ja und? Ja, das erklärt schon alles. So, wir haben da ja keiner gesagt, dass du es machen sollst, oder? Hab's aber gemacht. Und jetzt sagt jemand, dass du es machen willst. Ja. Doch. So ist es. Ich muss hier echt mal eine Treppe hochbauen, ey. Muss den Schacht. Mach das mal. Du kannst ja auch einen Aufzug machen, eigentlich. Also auch da, theoretisch. Theoretisch. Oh, ne. Aber das hier musst du ja nochmal komplett ausgehöhlt werden, diese Fläche, ne? So außer hier in der Mitte, glaube ich, ne? Ich habe jetzt das Bild nicht mehr offen. Ja. Unten reingucken, aber mache ich nicht. Wieso sind hier so viele Fackeln? Soll man denn hier bauen? Das ist ja nix spawnt. Ja, 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 ja. Deswegen erst mal gemacht haben. Alles muss man hier, jetzt fütte ich hier erst mal Wasser hin. Mach doch. Ja, mache ich auch. Mach das. Schön alles bewässern hier. Und du sagst, dass du keine Fackeln hast. Kein Wunder. Wenn du dir alle hier verstreust. Natürlich. Natürlich, sagt er. Natürlich. Natürlich, natürlich. Natürlich, wie die Tür. Wie sie quietscht. So, äh, na? Das ist wie dein Kopf. Nee, ähm, dem geht's gut. Meinst du? Geht's super. Das ist meinst du. Das ist doch nicht dein. Nee, nee. So, ich nehme nochmal einen Schluck von meinem Kaltgetränk. Perfekt. Perfekt. Sieben Stacks von Kabel habe ich mitgebracht. Ja, dann kannst du dich hier anschließen mit dem Bauen, theoretisch. War ja eigentlich mehr. Wie heißen die nochmal? Äh, das sind die Brick-Bordered-Cobblestones. Das sind die Brick-Bordered-Cobblestone-Craft-All. Arrk. Arrk. Wir hätten auch verschiedene Steinschichten eigentlich machen können, theoretisch. So, hier zwei. Warum sollten wir ja? Warum sollten wir das? Das geht nicht mal wieder gar nix an hier, ne? Du möchtest dich deinen Angelegenheiten ein, Fräulein, die dich nichts angehen. Okay. Also immer diese Fragen. Warum sollten wir? Nee, also. Also ich finde das auch ein bisschen frech, dass du dich da in meinen Sachen einmischen willst, die einfach, also ich finde das geht nicht. Ich finde es, das ist einfach zwei Schritte zu weit. Immer am besten drei zurück, ne? Damit das mal klar ist hier, ne? Das war lieber auf, wenn sonst weint er gleich noch, der Zentus. Hi. Hi. Guck mal in sein trauriges Gesicht da vorne. Guck mal, wie er weint. Ups. Ja, der hat er falsch gebaut. Uiuiui. Ups. Nö. Ähm, hast du ein Wasser einmal dabei? Wollen wir eine unendliche Wasserquelle machen? Das wäre super, wenn wir das kurz hier... Immer einmal dabei. Aber ich glaube, diesmal sind sie leer. Das wäre schlecht. Ich habe sogar auch noch einen dabei, theoretisch. Mhm. Da. Was denn? Nichts. So, ich mache schon mal auf die Mitte. Mach das. Guck mal, ein paar Viecher sind da unten. Da ist ein Creeper und willst du alles wieder heilig machen? Ich wollte nur gucken. Ja, nee, ist schon klar. Du wolltest nur gucken. Gibt auch nur genug Platz da oben, ne? Also... Aber wir müssen das auch noch so machen, dass die Creeper einen noch nicht sehen, ne? Oder ist das so gemacht? Äh, nee, da müssen noch Slaps auf jeden Fall hin. Und mindestens unter die Holzbretter. Aber sonst haben wir... Ich würde allgemein den Schacht noch ein bisschen mehr zubauen. Und sonst haben wir nämlich auch wieder ein Problem. Ja, nicht unbedingt, aber... Deswegen habe ich mich da noch nicht wieder genähert. Also am besten holst du den mal mit deinem Bogen dann weg. Und dann, äh, können wir dazu bauen. Und welche mit der Ebene fertig sind. Würde ich nach der Ebene sogar direkt mal machen, glaube ich. Dass wir auch noch ein bisschen Material übrig haben. Alles klar, ich könnte mir aus diesen Bricks hier, äh, auch Slaps machen. Weißt du das? Schau doch nach. Kann ich das hier, äh, nachschauen im... Also im normalen Craftingbuch kann ich sowas nicht nachschauen scheinbar. Oder? Ne. Einen Crafting-Table habe ich jetzt nicht dabei. Du hast auch... Gut, aber wenn du es nicht weißt, dann, ähm... Du hast auch in deinem Becken ein Crafting-Table. Ja, ach, da jetzt reingehen. Da war ja was, ne? Ja, okay. Nee, kann man keine Dinger draus machen. Hm. Hast du hier gerade noch eine Ebene da außen rumgezogen? Oder bin ich gerade geistig verwirrt? Ja. Natürlich sagt er, dass ich geistig verwirrt bin. Weidels. Und das Ding soll ja auch dann da außen die Ebene haben. So wie hier. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht... Also lass uns erstmal immer die Ebenen vielleicht fertig... Ja, okay. Wir sind fast fertig. Aber, ne, also, äh, alles gut. Vergiss es wieder. Wir müssen sowieso gucken, wie wir am besten schnell an Stein kommen. Aber dann müssen wir hier eigentlich... Nee. Hm. Ja, wo bauen wir dann... Egal. Du baust dann dir auch die Tür ein. Du kümmerst dich darum, wenn du hier das außen... Ja, du... Du Holnuss hast auch schon wieder zugebaut hier eben. Ja, ich bin einfach nur am Ebene bauen. Ich, äh, denke gerade nicht über viel mehr nach. Das ist gerade nur ein bisschen... Da habe ich extra freigelassen. Extra rennen gebaut. Und du? Ja, Mensch, da ist vier Steine wegkloppen, also... Ne? Kannst du Wasser köhlen? Ich geh nochmal ein Wässerchen. Und dann können wir das hier auch zumachen. Hast du ein Wässerchen? Ja, ja. Deswegen habe ich gerade gesagt, kannst du zumachen. Okay. Hast du noch Leitern gerade, dass du... ...nach kurz einmal... Habe ich gerade nicht. Na gut. Dann machen wir es in Föhn. So. Hatten wir, äh, drei oder zwei Decke? Kein tiefer. Egal, ich gucke einfach selber nach. Weiß das eh wieder nicht. Das hier ist eine Dreidecke. Dreidecke, ne? Kennt ihr alle. Alle Sklaven. Die Dreidecke. Wie bitte? Hä? Ich habe nur gesagt, wo kommt der denn jetzt hier? Äh, von zu Hause. Ist natürlich wieder alles voller Monster hier unten, ne? Hier und das. Da ist doch alles ausgeleuchtet. Also ich sehe hier nur Licht von oben. Na okay, hier. Die kommen vom Bisschen weiter weg. In dem Bereich, ich bin im Nether-Portal, müssen wir nochmal mehr ausleuchten. Die kommen vom Bisschen weiter weg. Ach, von der Spinne wurdest du erschlagen. Mensch, Centus. Die kann ich denn so was machen. Ja, natürlich, das schneller, aber. Also ich habe das Gefühl, wenn ich von hier rum gucke, wir müssen wahrscheinlich diesen ganzen Sumpfteil ausleuchten. Dann müssen wir da halt nix spawnen. Wir müssen sowieso ausleuchten. Oder, wir brennen den Sumpf nieder. Ähm. Wir müssen dann weniger ausleuchten, sonst müssten wir unten unter den Bäumen und über den Bäumen ausleuchten. Ja, aber nur den Boden dann. Dann hätten wir da auch Platz, um wieder was hinzubauen. Auf den Bäumen kann ich spawnen. Echt? Nö. Na gut, Platz zum hinbauen hätten wir dann trotzdem. Theoretisch. Also, weiß ich nicht. Wir können entweder so den Wald ausleuchten, was trotzdem ein bisschen komplizierter ist, glaube ich. Also mehr Fackeln braucht auf jeden Fall. Oder, ähm, wir machen es dann so. Ich habe mal den Rest von meinem Salatkuß aufessen. Ja, mach das mal. Guten Hunger, ne? Ich glaube, das ist der letzte Stack, den wir hier haben. Und dann, äh, war es das eventuell mit dem Kobbelstein. Ja, ja, nee, das sind die letzten paar, die ich jetzt habe. Das müssen wir mal so einen Kobbelstone-Generator bauen, ne? Ja, gut, ich meine, ob wir jetzt in die Mine gehen, wenn wir sowieso noch andere Sachen brauchen, oder ob wir dann einen Kobbelstone-Generator bauen. Ja, ich meine nur, dass das ein bisschen schneller geht, so meine ich. Ja, dann sind wir in einem... Ja, ja... Dann kriegen wir halt generell nur Kobbel, ne? Na gut, dann hätten wir diese anderen Materialien nicht dazwischen bestimmt schon. Wobei man halt Cleanstone auch definitiv schneller meint als, äh, Kobbelstone. Hm. Na ja, gucken wir einfach mal. Wollte ich mal sagen. Ähm. Oder was ist das? Wenn du einen bauen möchtest, dann, ähm, kannst du es nicht, kannst du es gerne machen, das... Ich verkack das nur wieder, das weiß ich jetzt schon. Oh, ich wahrscheinlich auch, also... Gibt ja auch mittlerweile Cleanstone-Generatoren. Irgendwie. Wie genau? I don't know, frag mich mal. War es nicht irgendwie mit Eis? Keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Da bin ich nur gefragt, also... Hier. Dann einmal, äh... Schade, dass hier nicht diese Mod mit drauf ist. Die halt automatisch den nächsten Stack unten reinpackt. Ja, es gibt ja mehrere Sachen, die hier leider nicht mit dabei sind. Was machst du da oben? Vielleicht sind sie im nächsten Mod-Pack dabei. Warte mal, irgendwas ist hier falsch. Irgendwas ist hier falsch. Wieso? Weil die noch einhören müssen. Wo kommen die Traptors dran? Hast du noch, äh, Cobblestone? Einige, dass du mir welche abgeben kannst, dann helfe ich dir beim Zuborn, weil ich hab wirklich gar nichts mehr. Da kommen die Traptors dran. Ach so. Da kommen sie ran. Crazy. Oh, das ist aber auch eine krasse Tür für uns. Ach so. Ach, wie geil. Ja, ähm... Das Dach hier, das war nur kurz damit, äh, also, ähm... Welt des Jahrtausends. Immer bei dir. Na gut, äh, ist wie es ist, ne? Also, äh, dann ist das halt so. Da haben wir wenigstens was zu tun. Wir müssen uns ja auch mal positiv immer sehen. Besonders, wenn du falsch brauchst. Nicht, du hast doch mitgebaut. Der sagt die ganze Zeit, ich baue falsch, obwohl er mitbaut. Er hat genauso Aktien da an der Sache wie ich. Und sagt... Weil du falsch gebaut hast. Weil du falsch gebaut hast. Du hast doch noch ja gebaut. Und dann dachte ich, du achtest drauf irgendwie. Aber das hab ich auch nicht gesehen. Oh, ich fall ja auch eben unten. Hast du Leitern? Ich hab keine Leitern. Hast du Leitern? Wieso soll ich denn Leitern haben? Wieso soll ich denn Leitern haben? Der Creeper unten muss auch noch weggekillt werden. Ja, ich sag nur schon mal. Mit deinem Bogen. Mensch, du kennst mich doch, dass ich immer Sachen aufzähle, damit ich sie selber nicht vergesse. Mensch, ins Kinders Centus. Dann mach ich es zugleich. Gleich wieder, dass ich helfe. Immer so spaßig, ey. Super spaßig, also. Wundervoll. Herz aller lieb. Und nö. Und nö. So. Das wäre dann die richtige jetzt. Braucht man wirklich viel Fäden. Hast du noch genug für ein Dach, oder? Nee. Hm. Wird nicht komplett mehr. Aber du hast noch, hast du noch genug für beide Seiten? Ähm, warte, ich guck gleich mal. Wie weit ist das denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, fünf, sechs, sieben, acht. Du brauchst ja für eine Fläche ein Stack. Und ich hab weniger als zwei. Ich wollte mal kurz die Mob-Farm ausprobieren. Hallihallo, da bin ich wieder.